Na ja, hier, Eskapad. Na, geht immer mehr ab als in Persona 3, ne? Vor allem, drei Leute sind da. Wow, das ist... ne, vier. Genau, ein Club mit vier Leuten. Oh, und einer Sängerin. Das ist unfassbar. Also, Kanji jetzt komplett gebrochen oder immer, wenn der auftaucht, ja? Ich merke schon, da ist halt ein richtiger Partylöwe zu sein, der Typ hier, ne? Merkt ihr nicht, ihr möchtet mit uns nicht abhängen? Wir sind nicht cool genug oder nicht anständig genug oder irgendwas in der Richtung, ne? Ja. Ja, jetzt komm, sag doch einmal ja, ne? Sei nicht immer so der einsame Wolf hier. Also, du bist jetzt frei, nicht wahr? Ich war wirklich stolz, mit dir zu sprechen. Ich bin sehr interessiert, wie jemand mein Alter arbeitet als Detektiv. Tja. Wie geht es? Hm, sehr gut. Wenn du aufhörst. Ja. Hä? Was ist denn? Du siehst ein bisschen röd. Ja, jetzt hakt man nicht drauf rum. Das ist für den wahrscheinlich... Der ist eher so ein introvertierter Typ wahrscheinlich. Für den ist das... Auch ungewöhnlich wahrscheinlich, ne? Das ist nicht wahr. Warte hier. Ich gehe für uns die Umgebung für uns reservieren. Okay. Ja, jetzt wirst du ja... Aber so, ja, mein Riese kann das, ne? Die können ja einfach ihre Kontakte irgendwie nutzen. Na klar. Jeder kennt dich ja wahrscheinlich. Ja. Ich sag's doch. Ich sag's doch, ne? Dann mach mal dein Ding hier. Oh, Kanji. Brauchst du irgendwie... Sollen wir dir helfen? Brauchst du irgendwelche Medikamente, oder? Ja, so kann man's auch nennen. Er ist ein gebrochener Mann. Völlig dorche. Riese hat den ersten Stock für euch reserviert. Ihr habt miteinander angestoßen. Ja, komm. Sie ist ne Aldi. Die wird wahrscheinlich mehr Yen verdienen, als du in deinem ganzen Leben sind, wirst du. Ja, keine Wörter. Ja, das war richtig ausnutzen. So richtig, Alter. Ich kann die kompletten Vorräte wegsaufen. Also, das ist Mist. Ja, das ist... 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 ähm, der Stromausfall war vor zwei Jahren ja, das war der fünfte Persona 3-Boss also liegen zwischen den Teilen zwei Jahren das stimmt aber heißt ja, heißt das nicht, dass Riese zu dem Zeitpunkt eigentlich in dem Club war oder zumindest davor, also sozusagen die hatte da ihren Auftritt dann war die weg und dann kamen sozusagen wir an als Gruppe und haben dann den Boss da besiegt mysteriös sie hätte auftreten sollen krass, hängt alles zusammen, wurde gecancelt tja, siehst du Mann, du bist schon richtig in Fahrt oh, bitte nicht, also dieses rote Gesicht von Yuki ich kann das nicht sehen, das ist wirklich ich weiß nicht das ist Creepypasta-Material, ich weiß es nicht das macht mir so Angst, ey ja, mein Gott gönnt euch jetzt alter Schwede, was ist hier los, ey oh, jetzt weint doch nicht gleich warum heult ihr denn jetzt gleich, ist doch in Ordnung mein Gott, ihr seid jung, nutzt es doch einmal meine Güte ja, also ein guter Cocktail, da merkt man manchmal den Alkohol gar nicht raus, ne oh, alter Ausrede, jetzt geht's lohnt's ja naja, ist wahrscheinlich besser, dass du aktuell noch nach Hause gehst, ne, also man hört ja so gewisse Dinge von Aftershow-Partys, ne die ist komplett durch, ne mach's einfach, wehre dich nicht, ne, also es könnte fatal sein, sich jetzt gegen Riese zu stellen ja, alle verwirrt und Yuki ist einfach durch, das ist wirklich wahr, ey also, das ist krass, ja, ich finde das witzig, ja aber wenigstens haben die beiden Spaß, ne, also und wer hat welcher Nummer, ist ein secret, bis der King die Urte gibt oh oh senpai, du bist so ein Adult, ey, sag's ihm oh hahahahaha Yukiko, wo hast du dieses Thema gelernt? naja, ich mein, sie arbeitet, äh, in dem Gasthaus so die wir da ab und zu auch mal erwachsene Gäste, also erwachsene Gäste, erwachsene, besoffene Gäste haben, ja also Das Gesicht ist so lustig von der. Du siehst so richtig, wie fertig die ist. Da ist schon die ganze Seele aus ihrem Leib gekrochen. Welche Stäbchen ziehst du? Ach, das Walter entfernte nehmen wir mal. Mal gucken. Du hast ein Stäbchen gezogen. Es hat die Nummer 1. Okay, soo... Wer ist der König? Teddy ist rot. Rot! Ist Teddy der König? Wir sind bereits aus dem Gehtgo. Ich, der König, commande dich, zu smooch den König ohne Verlust. Ich wusste das, aber es kommt ja. Bitte, Gott. Lass es Kanji sein. Lass es Kanji sein. Ne, ich bin's. Er stellt ja Nummer 1. Ja, komm, los. Ran. Ich bin Nummer 2. zu spät. Zu spät. Smooch! Smooch! Was? Was? Meine Güte, jetzt habt ihr nicht so jetzt. Ne? Du wolltest das, also ziehst durch. Jetzt knuscher Kanji, okay. Okay. Hier geht's ja richtig ab, ey. Weißt du? Hä? Ist das das kinder Game? Hä? Wir sind doch Nummer 1 gewesen. Also, naja, gut. Dann sind Kanji und Teddy raus. Nimm dich in acht, ey, Stäbchen ziehst du. Jetzt nehmen wir mal das näher. Ja. Du hast ein Stäbchen gezogen. Ich glaube, Kanji geht heute sehr zufrieden ins Bett, oder? Es ist rot markiert. Du bist der nächste König. Oh, jetzt. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher, wie diese Aussage? Oh, Alter, Schwede. Alter. The person who gets picked should have to rest their head on the king's lap. Oh, Alter. Oh, Quatsch. Ich sehe schon, worauf das alles endet. Ich werde ja noch von Twitch gebannt, wenn das so weitergeht. Nah, make him sit on his lap. Oh, or they could have to hug him. Knutsch ist doch extremer in Anführungsstrichen als im Arm, oder? Better than that a piggyback ride. Come on, King. Who's gonna do what? Alle starten dich an. Wie lauten deine Befehle? So. Die Sache ist natürlich, wir wissen ja nicht, welche Nummer jetzt was ist, ne? Ähm. Ihr werdet überlegt, was das wäre eine Situation wäre. Wenn zum Beispiel jetzt wir Riese auswählen. Wird mal angenommen, Riese wäre das, ne? Da würden zwei unserer Freundinnen, unserer festen Freundinnen sehen, wie wir mit irgendeiner anderen da unanständige Dinge tun. Das ist so abgefuckt eigentlich, also. Also ich sag mal so, so dass, äh, ich sag mal so, das Intimste in deiner Sicht ist doch wirklich den Kopf in den Schoß legen, ne? Ich meine, wenn der Kopf schon in dem Bereich ist oder sowas, dann, na, du weißt, was ich meine. So. Auf dem Schoß sitzen könnte natürlich auch sehr, weiß ich nicht. Also im Arm ist es da, ja. Wenn es extremer werden muss, dann nicht. Huckapack ist auch zu kindlich. Also. Weißt du was, Priestland? Ich überlasse dir die, äh, die Auswahl. Soll der Kopf im Schoß landen? Oder soll Nummer 2 sich reibend auf meinen Schoß setzen? Also, es ist dir überlassen. Ich, äh, ich bin da offen für, ja, mal gucken, keine Ahnung. Nimm das Zweite, okay. Nummer 2 sitzt auf meinen Schoß. Na dann. Huh? Nummer 2? Na dann. Was ist denn? Yukiko, habt ihr überhaupt... Na gut, Yukiko ist so besoffen, bekommt das wahrscheinlich gar nicht mit. Der King's Order ist... Absolut! Da könnt ihr ja froh sein, dass hier Yosuke nicht derjenige war, der die Befehle gegeben hat. Ich will nicht wissen, was da rausgekommen wäre. Komm schon, du musst uns kurz drücken. Äh, Yukiko, hallo! Da sitzt gerade ein fremdes Mädchen... Auf dem Schoß deines Freundes und du... Du feuerst sie noch an, noch mehr zu machen? Alter, das ist so abgefuckt, ja, das ist... Ich finde das so lustig, dass eigentlich null Auswirkungen hat, ob du hier 20 Freundinnen hast oder nur eine, ja, das ist... Chie findet das extrem beinig. Ich bin der König! Ich! Ich bin der König! Eigentlich die Königin! Die Königin? Du hast nicht sogar einen Chopstick geschaut! Okay, dann. Lass uns jemanden sprechen, über etwas, das wirklich verbringend ist, das sie niemandem sagen wollen. Hm, mal schauen wir mal. Oh, Naoto-kun! Ich wähle dich! Tja, das ist natürlich jetzt gerade die richtige Person. Der ist so introvertiert, ne? Sie ist brechen alle Regeln, nur ignoriert sie, Naoto. Nein, nein, das wird nicht notwendig. Eine Stipulation, aber wenn ich das mache, muss der Rest von euch auch etwas zeigen. Läuft das Spiel so? Ja, äh, gut. Da hätte ich auch gesagt, er hätte jetzt Che auch sagen können, gut. Äh, wenn ich mich auf den Schoß von Flipsy setze, muss das jeder machen, ne? Okay! Ja, gut, die Riesen stört das nicht. Ja, gut, die Riesen stört das nicht. Als ob du nicht irgendwas peinlich ist. Irgendwas peinlich ist, muss ja mal passiert sein, oder? Es ist die rare Situation wie diese, die mir die Call zu sprechen, um solche Dinge zu sprechen. Ja, eine Detektivfamilie sogar. Ja, eine Detektivfamilie sogar. Ja, wenn du das sagst. Ja, wenn du das sagst. Detektiv Conan? Und jetzt, sozusagen, will keiner mehr eine Detektive haben. Das wolltest du sozusagen jetzt komplett... Ja, also... Ruf ist komplett ruiniert oder was? Und deshalb hat mein Vater noch eine starke Verbindung mit der Polizei... Und schaut nach mir... Außer meiner Kindheit und Keine Erfahrung. Also, bist du sozusagen durch Beziehungen, äh, an deine Stelle gekommen, ne? Ja, oder? Interessant, okay. Ich hoffe natürlich, du kannst es auch ein bisschen mit, äh, ja, Können untermauern, ne? Aber Investigate sind heute sehr gut in Wissenschaft und Medizin, also muss ich meine Studierungen stärken. Das klingt hart. Äh... Äh... Das ist es? Keine Schlange? Ja, reicht doch, ne? Ich meine, wir wissen alles, was wir wissen müssen, ne? Ähm... Ich schaue, dass du vielleicht die falsche Person für das schauen würdest. Das ist... Oh... Embarrassant! Ist das Hotogun... Embarrassant? Ja, total! Also wirklich, das ist... Ich würde es zwar nicht offen sagen, also ich würde mich jetzt wirklich im Sand vergraben, das war's. Ich möchte nach Hause gehen. Pfff... Ich schlau. Pfff... Jetzt pennt sie ein. Well then, it's your turn now. Straight answer, please. What is your true involvement with the murder case? Äh, äh, ich dachte, wir spielen hier ein witziges Spiel, jetzt wird das alles so ernst hier, ne? You know, you're so good at killing the mood, that it's almost funny. Ja... Also wirklich. Well... We're going to rescue people, who've been kidnapped by jumping into the TV. Yuriyo is betrunken, das meint sie nicht ernst. And then... We do stuff like... Personas! With our Personas and beat the crap out of shadows. Ja, das ist der Alkohol, der ausgespricht. Hör da nicht hin. Also... You idiot! Are you making fun of me? Ja, das ist es. It's true! Mensch, setz dich hin, ey, jetzt hör auf, die doch zu verstärken, ja, also... Pfff... Pfff... Wieso, die beiden sind doch völlig glücklich, weil, guck dir mal Yukiko an, die hat noch nie so viel Spaß in deinem Leben gehabt, wahrscheinlich, ne? But I'm curious, how did you become so inebriated? This isn't alcohol. Good one, Naoto! No, I confirmed it when I first entered. No alcohol has been served here since a rash of drunk driving last year. Huh? Does that mean, we're all just drunk off the atmosphere? Na, ist doch auch schön, warum nicht? Ich meine... Da muss das ja richtig Spaß machen hier, ne? Who cares? Das ist ja, Yukiko, die nutzt einfach nur die Gelegenheit, einfach mal alles rauszulassen, das in dir steckt, was sich so angeschaut hat über die Jahre. Des Nettseins und immer des, äh... Ja, Gehorchens sozusagen, jetzt porzelt hier alles raus. Und Riese ist wahrscheinlich immer so, das ist einfach ganz normaler Zustand, ne? Hehehe, I feel so good! Good night! Haha! Hey, Senpai! How the hell are we gonna get back with two passed out drunkes? Boah, schnapps Leichen gleich, meine Güte! Haha! Well, this is giving me a big headache. Is this what a hangover feels like? Give me a minute! Teddy's still totally okay! Hehehe, let's keep drinking till morning! Hehehe, let's keep drinking till morning! Hehehe! Bring it on! Haha! Die sind so durch eigentlich, ich lebe das einfach... Haha! Haha! Ja, lass die beiden doch, oder die drei, ne? Wenn sie Spaß haben, ist doch super! Haha! Du kannst auch mal ein bisschen lockerer werden, junger Mensch! Meine Güte, ja, ne? Spaßbremse! Der zweite Abend des Schulausflugs treibt da hin! Möchtest du den Fortschritt speichern? Ja, natürlich! Hotel zur Muschel! Das klingt auch so verkehrt, ey! Wirklich! Aber gut, wir wissen ganz genau, dass es auch kein normales Hotel ist, ne? Dritte Tag des Schulausflugs! Shoppingfrotto vor dem Bahnhof! Hagakure Ramen! Ah, guck mal! Oh, Mann! Das ist wirklich was! Kommt dir das nicht bekannt vor, Priestland? Da haben wir mit unseren besten Freunden und Somi gefressen, ne? Haha! Vielleicht treffen wir den wirklich gleich, das ist ja noch lustig! A lot of times I came here instead of eating Boxlunches. Hm? You're not hungry? Um... What happened last night? I don't remember much about it. Priestland, ich kann mich an nichts erinnern! Ja, natürlich nicht! Ja, das ist... Es ist dein Unterbewusstsein übergegangen, ich verstehe das schon, ne? Aber es ist wirklich passiert, du hast es miterlebt. Alles, ja? Bis zum bitteren Ende. Oh, ich denke, die zwei von uns schlafen schnell. Ich habe gehört, es war ziemlich wild, aber... Ich verstehe... Ich erinnere mich gar nicht. Natürlich nicht! Ja... Alles rein damit! Gönn dir! Gönn dir! Ja, ist doch schön! Eine andere Ball, bitte! Keep the noodles hard! Was? Keep the noodles hard? Dass in den Drinks kein Alk war, wurde locker aus Sensorgründen hinzugefügt. Naja... Ist das so, dass das so... Weiß ich nicht... Verpönt ist in der Hinsicht, das in den Medien darzustellen in Japan? Weiß ich gar nicht, also... Aber ja, ich meine, gut, kann natürlich wirklich aus Sensorgründen sein. Also so oder so, ja, ich meine... Sie sahen schon sehr betrunken aus, ja? Aber... Ich glaube schon bei Jugendlichen. Aber ich meine, es ist doch eine clevere Art, sag ich mal, das so einzufügen... Dass zwar andere sozusagen... Also ich sag mal, die Leute, die wissen, was es ist, wissen, was es ist, ne? Und die anderen, die einfach hören, naja, gut... Es... da war kein Alkohol drin, wir haben das dann auch glauben und gut ist so, ne? Da kannst du so einen Witz auch mit einbauen, ohne dass du da... Ja... Kannst du den einbauen und die Zensur so ein bisschen... Bisschen umgehen, also von da ist es doch... Ja, ein guter Mittelweg, würde ich mal sagen. Nein, ist das... Wer bist du denn? Bist du, Pläugen? Die Hagakure-Bowl ist ein normales Menü-Item? Oh, ich sollte es gefragt haben... Wo ist denn nur so, Migi? Du musst doch hier sein, du bist doch 24-7 in diesem Restaurant... Hey, ist es okay, dass du so in der Öffnung bist? Natürlich, kein Problem. Siehst du, die Sighting-Boards? Meine Autographie sind da auch, aber der Kuck hat mir keinen zweiten Blick. Das ist nur so, wie es hier ist. Plus, ich brauche keine Make-up. Ach so, das... Ja, genau, das ist ein bisschen eine ganz andere Person, ne? Obwohl Make-up schon viel ausmachen kann, muss man eigentlich mal sagen. Ja, vor allem mag ich den Handabdruck. Das ist so der beste... Die beste Unterschrift aller Zeiten, ne? Oder das ist der beste Autogramm aller Zeiten. Nach den Ereignissen von Person 13 im Herzinfarkt geschworen. Wahrscheinlich, ne? Aber er konnte zumindest seinen Bruder beweisen. Ich kann gut fressen, yeah! Also von da ist ja ein positives Ende, ne? Aber wie ist der denn eigentlich? Das geht doch gar nicht. Ist der Herr doch nicht mal irgendwie ne Öffnung? Oder hat er an seinem Berndkostüm so ne kleine Klappe, die er öffnen kann, um sich Sachen da reinzuschieben? Isier mit Sachen, nee! Ach Teddy! Du hast es nicht gemacht, habt ihryoung? Du hast ihn nicht hết, Pullover! Ich werd es endlich beginnen! Hey, hast du 78$ noch mehr Zeit? Natürlich! Er hat wahrscheinlich... Musst du ja alles bezahlen. Ach, naja, weißt du, wenn man schon mal dabei ist? Ich meine, für den wird das auch ein ganz neues Erlebnis sein, sowas zu futtern, ne? Muss man mal so sehen. Ja, da kriegst du schon mal so ein riesiges Erlebnis ab, ne? Ja. Na siehste, ist doch schön, dass wir einen sieht. Die denken so, T-Shirt, Mochi oder Lampe? Ah, Mochi, ich meine, ist das... Ist das lange haltbar? Weiß ich nicht, ja, ist ne Mochi, ist das so... Ein T-Shirt, die freut sich immer über T-Shirts, oder? Kriegst ein T-Shirt. All right, let's get going. Come on, Teddy, we're leaving. Man, der hat sich auch über das hättige T-Shirt gefreut, was ihr Vater ihr geschenkt hat, ne? Also... Wo er gesagt hat, ja, das war im Jeunesse, so im Sommerschussverkauf, ne? Da kann man Mülltonnen habe ich dir mitgebracht. Oh, schön, Papa, toll gemacht! Also... Yo! Hey, Ted! Ich glaube, der ist ins Fresskummer gefallen. Don't make me rub your fur the wrong way, you little! Ohoho! Kanji, das klingt ein bisschen verkehrt gerade, ne? D-Dude! Hey, he ain't moving! Ja, Fresskummer! Is he hibernating? Haha! Hey! Don't tell me! It's not because he's been in our world too long, is it? Are you serious? Teddy! Ja, Teddy ist tot, das war's. Ja, aber er ist glücklich gestorben, zumindest, ne? My tummy's heavy! Na gut, bei 10, bei 11 Schüsseln, ne? Leave it behind! Hahaha! I hate too much! Can't move! Someone carry me! Ach, Teddy ist so herrlich wirklich! I mustn't be late for our rendezvous. Please excuse me! Ach na, Oto, du musst noch ein bisschen lockerer werden, meine Güte! Oh, Yukiko! Warte! Hey! I really can't move! And I don't have the money for a return ticket! Ja, vor allem, wisst ihr, die lassen uns leckere Essen da stehen! Das ist doch... Schade hier! Farewell, Teddy! We shall leave you here! Along with our memories of youth! Ja, super, ey! Hahaha! Mensch, warum seid ihr alle so arschlöcher? Trag den armen kleinen Teddy doch, Mensch! Wir sind alle zur Treffer gegangen und haben Teddy zurückgelassen und er ist wenig später gestorben, um die Heimreise anzutreten. Der Schulaustrug verging ohne Schwierigkeiten!